Ein wunderschönen guten Morgen, der 9. Dezember. Wir öffnen erneut das Häuschen für eine weitere völlig unerwartete Überraschung und sagen... Gott, was werden wir gerade verwöhnt. Es sind die Storm, The Force Rising von Explode F2. Herr im Himmel. Das ist jetzt die 9, die es bis zur Front geschafft hat. Mit den Storm, The Force Rising von Explode. Achtung. Ein Wunderschönen. Ein Wunderschönen Untertitelung des ZDF für funk, 2017